Ja, hallo Freunde der Spiegel-Tut und willkommen zurück bei Total War Warhammer 2. Ich nehme mal zum Start des Videos das Tuch aus meiner Nase, weil ich habe eine Entzündung in der Nase und die tut scheiße weh. Und, oh, verdammte Hacke. Vielleicht lasse ich es doch besser lieber drin. Oh. Aber ich muss über den Schmerz wachsen. Und ich habe mir den Finger geschnitten in der Küche, weshalb ich die A-Taste nicht mehr vernünftig drücken kann, um nach links zu gehen. Tja, gute Voraussetzungen, um den Krieg weiterzuführen. Gucken wir uns mal den Diplomat-Status an. Wenigstens sind alle Feinde mal im Norden. Jetzt können wir, äh, wie heißen sie, die Abenddämmerungstypen noch erledigen, ne? Orden der Lehrmeister. So, da können wir die Belagerung fortsetzen, weil kommt ja noch der Kollege von hinten. So, wie ich das richtig sehe. Ja, Kogga wird erstmal noch was anderes erledigen müssen. Aber wir sind auf dem Weg. Und Rinky hängt ja hier im goldenen Turm, wo immer gesagt wird, der braucht eine Mauer. Ja, theoretisch. Aber ich will jetzt nicht auf die 360 Einkommen verzichten hier. Wird mir sehr leid. Und wie viele Runden haben wir noch? Elf. Interventionsarmeen gegen Luthan zu schicken, ist übrigens scheiße. Obwohl, wir können es mal machen. Ich kann zwei Runden sparen, dann können wir für 10.000 die teuerste schicken. Aber normalerweise sind die Interventionsarmeen, die halt dieses Ritual unterbrechen sollen, nicht so dolle. Nach deren Einheitenangriff hat funktioniert. Aber die kommen auf ein offenes Schlachtfeld und da werde ich die auf jeden Fall erledigen. Reiß ein neues Stück Papier auseinander. Ich habe nämlich keine Taschentücher zu Hause. Oh, spreng alles in die Luft. Ach, wir kriegen von hinten an Besuch. Hm. Dann lass uns doch hier auf dem Hügel stehen und dann fangen wir direkt alles ab, was da rüberkommt. Und was von vorne kommt, erledigen wir mit unseren Lasern. Mhm. So, wir sind nämlich direkt dran, dann. Schick den Komet der Zerstörung! Er wird die Feine in... in Stücke hauen. Jedenfalls sollte er das. Oh! Oh, was ein Durcheinander, ey! Stellt euch mal da vorne an dem Rand! Ah, das fand ich nicht so geil gerade. Ach, du machst das schon. Geh da raus! Geh da raus! Lustri, Chock! Sah, Jocktok! Versammt! Zorah! Zoraz! Bers! Zumas, Lizar! Netflix! Unparall to go! Choral! Zoraz! Zoraz! Fetzt die da unten? Was gibt es nicht, dass die so lange da oben überleben? Stalker! Stalker! Check the fuck! So, noch geht's allen gut. Schafft er zwischendurch mal einen Schuss auf die da hinten abzufeuern? Danke! Dann leiste ich mir lieber nochmal den ordentlichen Zauber. Was schaffen die hier vorne? Jetzt schlag mal den feindlichen General hier weg. Oder der Zauber oder was auch immer es ist. Komm mal her, General! Komm mal her, General! Ich glaube, alle fliehen. Schafft es den vielleicht vom Himmel zu schießen? Hm. Ein bisschen Schaden. Aber nicht genug. Aber nicht genug. Der hat den noch erreicht. Aber sonst können wir jetzt keinen Schaden mehr austeilen. Außer meine Monstrositäten haben überlebt. Ich nutze mal die Erfahrung. Belagerung. Obwohl wir für die Belagerung jetzt wahrscheinlich nicht besser dastehen mit den Truppen. Wir sollten vielleicht die Belagerung austauschen gegen, äh, Koggar unten. Und ich sollte nicht vergessen meinen Kaffee zu trinken. Ah, wunderbare Kaffeebohne. Möge deine Liebe mich für alle Zeit. Durchnudeln. Haben wir eine Stadtmauer? Natürlich nicht. Und mit Stadtmauer habe ich das gemacht. Bevölkungsüberschuss. Okay. Ja, wir warten einfach. So, greif mal Einheiten an. Schwächen die nochmal ein bisschen. Und schön, dass er jetzt in der Siedlung festhängt. Weil dann können wir nämlich einfach rein. Wie kann es sein, dass er eine Siedlungsadvision hat, die ausgebaut ist? Das ist so ein Betrug, ey. Der hat letzte Runde die Siedlung eingenommen. Und der hat 100% Siedlung verteilt. Und was ist das denn für eine abgefuckte Karte? Obwohl die in seiner Reiter haben keinen großen Vor... Ach, das sind alles Pistolorus, ne? Oder wie die heißen. Die werden mich alle auf Reign schalten. Und ja, es ist äh... Verabsicht, dass es so aussieht. Na toll. Zocken lohnt sich nie. Das stimmt überhaupt nicht. Manchmal lohnt sich das wohl. Ab in die Lücke. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Verpisst euch alle. Ich muss an die dämlichen Raketendinger ran. Zocken. 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 weiter vor alle auf den feindlichen Feldherren sieht aus, als wären hier schon gut Gegner fliehen da ist der feindliche Kommandant hinüber verstärkt die Gegner, äh verstärkt uns meine ich und ran an die Panzer der ging ein bisschen durch meine eigenen Truppen mit den scheiß Dampfpanzer auseinander obwohl ihr euch zieht beiseite, weil ihr schon so geschwächt seid ein Bild das könnte aus Jurassic World stammen, wenn es Dampfpanzer geben würde in Jurassic World das war's gut, ich hab ich sollte keine Truppe verloren haben das war mir zum Ende noch wichtig dass die letzten Reiter jetzt nicht noch sterben von den gehörenden hm achso, ja die Garnison wird ja nicht mit angezeigt hier drin oh wir kriegen zwei gesegnete Brut gesegnete Kroxigor das ist doch mal ne schöne Sache so, wie ist unsere Lage traumhaft eigentlich wollt ihr doch Blutgeleckt Archiv mitbekommen was bedeutet, rekrutiert das Ex-Menschen an wilden Karnosaurier ok hab jetzt nicht so drauf geachtet, dass ich das Archiv mitkriege aber ist auch egal äh eine unserer Priester der macht den Speer nochmal ein bisschen besser obwohl der auch durch die eigenen Truppen ganz fies läuft jetzt haben wir 12.000 ja, hab ich die jetzt geholt und nun nun werden wir sehen nächste Runde ob's irgendwas bringt mhm ui, ist ja wirklich recht stark aber bei der Truppe die da drin ist da ist zu wenig das wenn's ne recht starke Armee ist wahrscheinlich ziehen die jetzt sogar raus aus der Stadt und machen die auf dem offenen Feld platt ja wie ich die selbst steuern könnte das wär geil aber so wenn man 2 Runden hintereinander ne 10.000er schickt wahrscheinlich musst du sogar 3 Runden hintereinander ne 10.000er schicken damit die irgendeine Chance hat gegen die Feinde oh Handelsbeziehung beendet oh Gegners Ritual abgeschlossen. Mein Gott, warum sind die denn jetzt direkt da oben? So, plus 10% Einkommen aus Häfen. Mit Unterstützung wird das eine Leichtigkeit sein. Danke. Blinne und besetzen. Kroka. Achso, man darf nur einmal eine Interventionsarmee schicken. Das ist ja doof. So, Blitzschlag sollst du auf jeden Fall noch lernen. Dann wäre die Armee wieder voll. Next one. Noch ein bisschen Kohle rausholen. Ach, hier haben wir ja auch noch die Möglichkeit, mehr Geld zu bekommen. Und was haben wir noch hier übersehen? Keine Ahnung. 15% mal Einkommen aus Städten. Und rum. Tja. Scheide, dass ich nicht jede Runde in die Interventionsarmee schicken kann, ey. Das wäre... echt eine coole Nummer. Oh, jetzt beendet doch nicht alle eure Handelsbeziehungen mit mir. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich führe keinen Krieg gegen euch. die Weisheit der alten Nutzen. Weil alles kostet jetzt ein Upload'n Ei. Was willst du mehr? Ich weiß, was ich tue. Im Hinblick darauf, dass in 8 Runden ich diese dämliche Endkampfgeschichte machen muss, nehme ich mal lieber den Rak-Tarzan mit rein, der halt einfach an Level 40 hält ist. Und gut ausgestattet mit in die Armee von mir. Ach, ich muss wirklich mir angewöhnen, die Agenten besser zu nutzen. Auch für zukünftige Parts. Ich weiß, was ich nicht. mehr Holz, mehr Geld wollen wir eben schauen, ob wir das Handelsabkommen wieder reinkriegen ach, der hat sich vor allem, der mag mich, der Penner es gibt keinen Grund, warum er das Handelsabkommen rausgenommen hat unglaublich und Handeln bringt mir so viel, ey vom finanziellen her um das ein 2 bis bis 1 bis 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 Hm, ich glaube ich werde den schwächeren Priesteragenten rausnehmen. Bei Korka. Einheit angreifen erfolgreich. Ach, du kannst mich doch mal. Da mache ich dasselbe. So, kreist die erstmal ein. Irgendwo ist ein Agent zum Dienst erschienen. Ups, nein. Dabei stirbt er nämlich. Wir machen mal die Magieerdung, damit wir mehr Magie haben. Oh, wir haben noch eine Rekrutierung laufen. Egal, die muss ich rausnehmen. Stopp, stopp, stopp. Nicht du. Ich brauche die Truppe hier vorne, damit wir die Siedlung jetzt noch einnehmen können. Alles gut. Und da links ist noch eine Armee von denen und die haben auch irgendwo noch Städte. Ich weiß nur nicht wo. Zwei Plätze sind frei. Womit fülle ich die auf? Das ist gegen Priester des Himmels. Haben wir hier drin noch irgendwas, was interessant wäre? Wir könnten... Ja, muss ich nächste Runde anpassen. Dann teilen wir... Also wir tauschen zwischen den Armeen so ein bisschen. Um die Hauptarmee stärker zu machen. Nächste Mauer. Öffentliche Ordnung stärken. So, Stufe 3-Siedlung. Wir haben eine Provinz fertig wieder. So, bist du auch wieder ein bisschen verbessert worden. Okay. Ja. Du hockst da unten oben, ne? Und willst am liebsten... ...weiter das Kapital verbessern von der Siedlung hier. Ist ja auch in Ordnung. Damit schalten wir nichts Neues frei. Forschungstechnisch. Monument der Alten. Da hatten wir aber auch den geomantischen Lokus schon gesetzt, ne? Hm. Hier wär's schön. Den geomantischen Lokus zu verbessern. Rekrutieren wir eben zwei so und wir sind am Ende unserer Zeit wieder. Also wir sehen uns dann morgen wieder. Wenn's wieder heißt, Tod war Warhammer 2, Kampf der letzten Verteidiger der Echsen. Und schauen wir mal, was noch so passiert. In dem Sinne, tschöle, euer Imperator. Danke. Danke. Danke.